. Frauen sind meistens mutiger als Männer. Männer sind meistens Aufschneider und Feichlinge. Ich kann nicht meine Tumme weg. Wie sieht das aus? Fabulous. Automatisch? Oh! Ich arbeite praktisch nachts viel. Und alles, was ich so, wenn man so nachts alleine so sechs, sieben Stunden für sich hat, dann ist der Kopf immer größer und immer größer. Dann verzirkulieren immer mehr Dinge. Und das ist wirklich wunderbar. Da kann ich leider nicht drauf verzichten. Okay. Do the hopeless look. Perfect. Wir müssen schnell sein, weil wir etwas unlawful machen machen. Unlawful. Attacke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017